Einen wunderschönen guten Tag neben mir und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von After Us. Wir sind hier auf dem Meeresgrund unterwegs. Ich bin gespannt was jetzt so kommt. Und ich denke mal die süße Schildkröte können wir bald mal treffen. Dafür muss ich aber erst mal wissen, wie es durchgeht. Na hier nicht. Hm. Oh, guck mal. Gehe ich jetzt nicht durch. Bin ich nicht von hier gekommen? Ne, glaube nicht. Das wäre der Licht, bitteschön. Ne, von hier sind wir definitiv nicht gekommen. Was hier alles auf dem Meeresgrund versteckt ist. Es ist ja jenseits von Gut und Böse. Warum sind diese Angelhaken alle so tief? Ich habe noch nie so lange Angelhaken gesehen. Was war das? I don't know. Ist nichts in der Nähe. Okay. Solange die Luft anhalten kann. Ich folge mal den blauen Lichtern hier. Ich denke das macht noch Sinn, oder? Hör. Warte, bin ich nicht von hier gekommen? What the hell? Warte. Ne, ich bin nicht zurückgelaufen. Wo man dem Ziel ne... Ah. Wenn er das ge... Ah, das ist ein Hai. Ich dachte, das ist eine Schildkröte. Musik 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 Ok Der Weg ist beschwerlich, ja Und das Opfer wird es wert sein Die Lebenskraft fährt zurück Unser Zuhause wird stärker Du bist unsere Hoffnung, mein Kind Musik Okay Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh Aber, ne, doch, das ist die Arche Oh, okay Siehst du, wenn ich jetzt einfach hier durchlaufe? Wohin komme ich dann? Musik Da unter Wasser sind wir ja nicht mehr Bring mal Storben Haha Jawohl Ähm Ich bin ganz weit weg von der Arche So, der Hai ist befreit Der Hund ist befreit Der Adler ist befreit Dann gehen wir hier zum Stadtzentrum zurück Dann gehen wir da zu dieser Biene Oder was das sein soll Handele, handele Komm, lad Zack, 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 muss das gehen Okay, nach rechts ist diesmal, ne Das sieht mir nach einem Kraftwerk aus Okay Wunderbar Ja, okay Das ist, oh, der Zug Ah Ja, hallo Wir laufen mal auf die andere Seite vom Zug Denkt man nicht, dass die, die ja an der Haltestelle sind Einsteigen werden Aber der Zug fährt schon mal los Ah Oh Okay Interessant Wo sind wir denn hier? Sehr hell Wo ist das? New York Können wir mal sagen, wo ich bin? Wie das Gebiet heißt? Hm Kann mir keiner weiterhelfen Aber es ist auf jeden Fall riesig Hier ist absolut gar nichts Da kann ich garantiert nicht durchgehen Also ich könnte schon Aber ich würde nicht weit kommen Ja, das gibt dann einen schönen, fetten Elektroschock Wollen wir das? Nein Darum Aber durchlaufen hier Das Kraftwerk Okay Ich denke mal, es geht hier nach rechts, oder? Oh, guck mal, ein Geist Aber da komme ich nicht nach drüben Ah, warte Ich glaube, ich muss das da benutzen, um zu surfen Aber Das geht ja nicht, wenn Elektrisch geladen ist Bring auf Kabel in der Nähe Ach doch, das geht Okay Hä? Ich glaube, ich bin doch jetzt auf das Kabel gesprungen What the fuck? Wo muss ich hier drauf? Hä? Hä? Ja, Pflanzenbuchs Schön Bringe auf Kabel in der Nähe Aber Ja Mach ich doch Hä? Hä? Ich, äh Ich check's nicht Ja Doch mit R2 Okay Jesus Okay Nach drüben Boah, das ist falsch Warte mal Du kannst es doch Warum steht denn da nichts von R2? Ja, okay Ding mal Oh ja, hier ist ein bisschen was in der Nähe Hier ist ein bisschen was in der Nähe Aber wie komm ich hoch ist die Frage Hm Verdammt Gute Frage, hä? Ja Joah Weiß es nicht Wo ich vielleicht von Nee, das ist zu weit weg Das ist zu weit weg Okay, gehen wir weiter Ähm Hier geht's nicht weiter Spannend Rücken um dich zum Eingesch... Ah Ich kann teleportieren Ah Okay Na jetzt reden wir aber, du, hä? Jetzt reden wir aber Begeisterst da hinten Okay Muss ich die Kollegen hier wahrscheinlich bekämpfen? I guess Nee Äh Okay Ah Ah Sag mal hier so Nichts Aber da war er noch Ah, guck mal Ah Ist ja mal cool Dass du dich von Fernseher zu Fernseher Teleportieren kannst Gründer Mechanic Hab ich noch nie gesehen Ja komm Doppelsprung Danke Nee Der Fernseher läuft nicht Aber der da hinten läuft Warte mal Okay Ah Jetzt kann ich da Wahrscheinlich Ah nee Der Fernseher ist jetzt eingeschalten Guck mal Cool Cool Hm Ja und jetzt Das geht nicht Versuch was wert Ah Warte hier Eine Lücke Okay Muss ich hier wieder Den Fernseher einschalten Mal rein hier Das Riecht das denn? Aha Ah nee Das war nur die Steckdose Der Fernseher selber Ist ein bisschen weiter oben Hier hinten Wo führt er mich Ah da nach hinten Habs schon gesehen Manche Fernseher können mehr Sender empfangen Als andere L2 um die Sender Aber nutzen wir mal den Okay 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 Ja ne Das war gar nix Ne Wobei Doch Guck mal Jako was surfen Nice Äh Nee Richtung wechseln bitte Danke Richtung wechseln So ist doch gut Hier hoch Okay Eins nach drüben Das sollte dann reichen Oder? Genau Gut gemacht Gut gemacht Kleines Auch wieder ein Geist In der Nähe Aber wo? Hier irgendwo Okay Oh fuck Ja Wer kackt Ja dann sehen wir uns doch morgen wieder Ich sage danke fürs Zuschauen Habt einen schönen Tag Macht's gut meine Lieben Tschüss Also années euch nach Vielen Dank.